Hi erstmal, ich bin von Rio, ich heiße Sean, 22 Jahre alt, ich habe ihr auch was mitgebracht, ich schaue auch mal, dass ich es möglichst über die Bühne bekomme, ohne euch zu langweilen. Also, dieser Streik ist bisher die stärkste Antwort seitens der Arbeiten gegen die Sparpläne. Es ist ein neuer Akt des Widerstandes gegen eine historische Krise, dessen Kosten die Regierungen und Kapitalisten auf Schultern von uns allen, also auch von mir, von euch, auf uns allen ablehnt. Die Kapitalisten Europas, angeführt von Merkel, möchten die Lohnabhängigen den riesigen Schuldenberg bezahlen lassen, deren Folge der Rettung in der Banken und Konzerne, wovon wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben, wollen sie uns aufbürden. Und gleichzeitig werden alle gewonnenen Errungenschaften, die wir in den letzten 100 Jahren von den Arbeitenden und Gewerkschaften und von allen Menschen auf dieser Erde erkämpft worden sind, wollen sie streichen, zerstören, zerschlagen. Das kann nicht sein, wir müssen uns dagegen wehren und zwar mit voller Stärke, so wie wir hier stehen. Das ist noch zu wenig. Wir müssen mehr tun und das heißt, wir ein bisschen hier organisieren nochmal. Ja, sorry. Die kapitalistische Krise drückt sich aber auch in eine politische Neuorientierung aus. Die sozialdemokratischen und konservativen Parteien in ganz Europa verlieren dann Zustimmung. Ja, warum wohl? Weil sie diese Krise verursachen, mitverursachen, weil sie die Kürzungen durchdrücken und dann kommen sie noch auf irgendwelche Demos von uns, auf das unverteiltende Bündnis, stellen sich hin und tun so, als wären sie nicht an Hartz IV und den anderen Sachen schuld. Das kann doch nicht sein, oder? Und da sage ich ganz klar, die Empörten haben eine Parole, der ich nur zustimmen kann. Diese Regierung vertritt uns nicht. Diese Menschen vertreten nicht uns. Die sind vielleicht von uns gewählt oder von irgendjemandem gewählt, ich kann es nicht glauben, aber ich kann nicht glauben, dass die uns vertreten und ich schätze mal die Leute hier, die hier stehen, genauso wenig. Aber wir müssen auch aufpassen. Im rechten Lager verstärken sich nationalistische und faschistische Kräfte und offen faschistische Kräfte teilweise sogar. Ich meine, Goldene Morgenröte ist wohl jeder ein Begriff. Ich meine, die gehen auf Jagd, auf Migranten und Linke oder Andersdenkende oder Andersaussehende auf der Straße und sehen aus wie irgendwelche Garten von Hitler. Also das kann echt nicht sein. So. Aber auch auf der linken Seite irgendwelche reformistischen Kräfte wie Syriza, wo alle glauben, glauben, dass sie unser Heilsretter sind. Oder die Front de Gauche in Frankreich oder die PS in Frankreich. Sie beten gegen diese historische Krise überhaupt keine Alternative. Also ein bisschen Reformprogramm geht ja immer, meint man. Aber ich meine, Syriza sagt ja erst ganz klar, okay, wir müssen die Schulden streichen. Wir wollen auf keinen Fall diese Schulden bezahlen, sie sind illegitim. Okay, zwei Wochen später heißt es, ja, okay, wir sollten vielleicht neu verhandeln. Ja, das ist halt irgendwie nicht genau das, was sie davor gesagt haben. Kennen wir ja schon von den ganzen Sozialdemokraten, die uns genau das Gleiche erzählt haben. So. Ähm, hey, aber jetzt, ja, okay, ja, okay. Ähm, selbst kommunistische Kräfte wie die Kokoe in Griechenland, die macht genau dasselbe, nur mit einem roteren Label drauf und redet von Währungsabwertung. Ja, wow, das ist jetzt genau die Alternative, die wir brauchen. Wir haben einen Haufen Schulden und dann werten wir die Währung ab und zahlen damit irgendwie unsere Schulden zurück. Ja, nee, aber man muss ganz klar akzeptieren, die Schulden sind illegitim und zwar so, wie sie sind und gar nichts anderes. Und erst mal eine ganz große Unterstützung für diesen Streik, für diese Widerstandswelle. Wir brauchen, wir brauchen einen größeren Widerstand gegen die von der Troika koordinierten Angriffe gegen uns alle, gegen die Arbeitende, gegen die Rentner, gegen die Sozialhilfeempfänger, egal, scheißegal. Ja, wir profitieren alle davon, wenn wir uns gemeinsam, organisieren und uns gegen diese Angriffe entgegenstellen und zwar vollends. Also nicht nur so ein bisschen und hier rumchillen und so, sondern wirklich kämpfen. Okay, chillen ist bei der Kälte wohl eher nicht so cool. Also, ja, genau. Und dann haben wir noch das nächste Problem. Wir haben unheimlich große Gewerkschaften, man glaubt es kaum, aber in Deutschland sind immer noch die größten Gewerkschaften weltweit. Und das alles, was wir von den Gewerkschaften erwarten können, sind 2,9% Lohnerhöhung. Zum Beispiel jetzt bei mir in meinem Betrieb. Ich bin erstaunt. Ganz krass. In folgender Krise heißt es bei uns 2,9% Lohnerhöhung. Wahnsinn. Und da kommt dann... Also hier, die Gewerkschaftsbürokraten machen jedoch genau das Gegenteil von diesen ganzen Organisierungen. Also wir haben hier Teile der Basis, also von Verdi, von GEW und so weiter. Aber wo sind denn die, die tatsächlich die Macht haben? Also wo sind die Leute, die in höheren Riegen sitzen? Ja, okay, die sitzen halt bei der Deutschen Bank im Aufsichtsrat. Wahnsinn. Super. Und wir brauchen keine Politik des Drucks auf die Regierungen. Wir brauchen keine Verhandlungen über die Kürzungen. Warum sollten wir über Kürzungen verhandeln wollen? Wir wollen keine Kürzungen. Punkt. Da gibt es nichts zu verhandeln. Wir wollen keine Kürzungen. Ende. Ich weiß nicht, was die haben wollen einfach. So. Und wir brauchen einen wirklich europaweiten Generalstreik. Und nicht einfach nur einzelne Länder. Ich bin erstaunt, dass es einzelne Länder geschafft haben, sich zu koordinieren und einen Generalstreik zu organisieren. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen einen europaweiten Generalstreik organisieren. Und das auch in Deutschland, egal wie die Gesetzeslage ist. Und da natürlich das berühmte Zitat. Deutschland setzt alle anderen Länder unter Druck. Egal ob Griechenland, Malta, Zypern, alle Länder, die jetzt streiken, setzt Deutschland oder die deutsche Regierung unter Druck. Und da heißt es von Liebknecht, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Und das heißt, wir müssen dieses Zitat ernst nehmen, so wie es ist. Wahnsinn. Und da muss es heißen, wie wir es schon von Attac gehört haben. Ich bin ja nicht so überzeugt von Attac, aber von uns selbst hauptsächlich. So. Das heißt, Streichung aller Schulden. Sie sind illegitim. Keine Verhandlungen über Kürzungen. Und gegen den Aufstieg faschistischer Kräfte hilft nicht irgendwie so ein bisschen Larifari, sondern Selbstorganisierung, selbst gegen Nazis aktiv zu werden. In Komitees, sich einfach in Gruppen zu organisieren und zu schauen, dass Nazis keinen Fuß auf die Straße setzen können. Und keine Menschen angreifen können. Und Migranten nicht verfolgen können. So. Ich hab's gleich. Also, wenn nicht die Arbeiter und die Jugend und die Migranten und alle anderen Menschen hier in Europa diese Krise bezahlen sollen, ist die Enteignung der Kapitalisten absolut notwendig. Und zwar nicht einfach nur, ja, okay, wir geben denen jetzt zwei Millionen für die Fabrik XY. Nein, die Arbeiten, die dort arbeiten, müssen den Betrieb übernehmen und demokratisieren. Demokratisieren in der Wirtschaft heißt, dass die Menschen im Betrieb das Sagen haben. Und nicht irgendein Mensch XY, der vielleicht den Betrieb von vor 50 Jahren geerbt hat und selbst nicht so viel Ahnung davon hat. Ich bin mir sicher, dass die kollektive Intelligenz der Arbeitenden dort sehr viel besser ist, als eine Person, die da oben steht und sich da umwurschtelt. Und ganz klar, wir brauchen Gewerkschaften, wir brauchen eine Organisierung der Arbeitenden. Wir brauchen nicht nur eine Organisierung der Arbeitenden, sondern auch der Arbeitslosen. Aber wir brauchen Gewerkschaften, die kämpfen. Und damit sie kämpfen können, brauchen wir Menschen in den Gewerkschaften von der Basis, die die Gewerkschaftsbürokraten entfernen. Und zwar die, die auf irgendeinem Sessel sitzen und ihre 50.000 kassieren. Ist mir egal. Diese Menschen müssen weg und ersetzt werden durch Menschen, die nicht diesen Bürokratismus verfallen sind. Echte Kämpfer und Kämpferinnen. Ich will da keine Frauen ausschließen. So, und das Programm all jener Parteien oder Organisationen, die Europa, wie es jetzt ist, aufrechterhalten wollen, ist purer reaktionärer Scheiß. Und wer das nicht akzeptiert, dem kann ich echt nicht mehr helfen. Also ganz ehrlich. So, ähm, ja, genau. Sorry, das ist meine erste Rede, deswegen bin ich ein bisschen hier so oben wurschtig. So, und nur wir als Arbeiter, als Rentner, als was auch immer man ist, auch als Künstler oder möchte gern Rapper, wie auch immer, ähm, ist es absolut notwendig, eine gemeinsame Verbindung zu suchen und wirklich eine freiwillige Union der EU und nicht eine Union auf Zwang und Kapital, sondern eine freiwillige Union der europäischen und, ähm, ja, nicht ganz so europäischen Länder hier, vielleicht sogar weltweit, eine Union der Weltrepubliken oder ähnliches, wäre ganz cool. Ohne nationale Grenzen, ohne komischen Protektionismus, auch von möchte gern kommunistischen Parteien oder möchte gern sozialdemokratischen Parteien. Und ich meine, die Grüne ist ja sowieso jetzt die Vollkorn-FDP, also von daher ist es auch nicht weiter wichtig. Ähm, ja. So, für ein, für ein Europa des Friedens, für ein Europa gegen das Kapital, für ein Europa für die Menschen. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!